Mein Name ist Dominik Gisin und ich freue mich jetzt schon auf das Versicherungsbrokerforum am 29. Mai in Rüschlikon. Seien Sie dabei, wenn ich von meiner Karriere erzähle, von den vielen Rückschlägen, neuen Knieoperationen, aber vor allem natürlich, wie ich immer wieder aufgestanden bin, wie ich die Motivation gefunden habe, mich durchzukämpfen bis zum Olympiasieg. Vielen Dank.